ja hallo und ein herz kommt zurück zu mass effect andromeda und wieder mal dabei ist der smoker servus wie ihr schon seht haben wir mal eine richtige apex mission und ist zwar auf bronze aber mal sehen andere schwierigkeitsgrad wurde ja nicht verfügbar ja ja aber vielleicht haben wir doch ein paar andere aufgaben denk mir mal da muss bist du im gefecht werden sehen wenn mal alle bereit werden könnten wir mal anfangen das ist gut jetzt mal alle bereit es muss das losgehen so wäre die theorie ja da bin ich ja mal gespannt jetzt mir ist gerade aufgefallen nach dem update zeigt sie mir an hier laute schäder da habe ich jetzt nicht glauben glaube ich mir auch nicht die map ist so hell vielleicht durch die apex mission vielleicht wir kämpfen gegen relikte auch nö ich sehe es schon waren der weg ist doch tot wer ja da geht noch gehe ich von aus oh du fettes schwein ja weißt du der weg ist so was von breit nein und du machst dich genauso breit man merkt dass es bronze tja das ist aber nicht so laut das haben wir auch schon mal gedacht ja ich weiß aber also vom kugelhocken halten wirklich kaum was aus äh wo sind ja noch welche ich glaub noch drumherum bis ich da bin das war's für den moment ich weiß nicht nichts mehr an gute arbeit wie immer läuft feinde im anmarsch ich hab schon ein bisschen ok wo sind sie denn das rog ich mich auch gerade ich habe gerade so eine attentäter drohne weggemacht die sekunde ist alles weg die schweige ja das ist ja da kannst du die halten sind nicht stahl ja ich weiß noch die anfangs zeiten haben wir keine geschäften jetzt ich habe schon geübt ich habe es ja schon weitaus früher spielen können als ihr ja aber wir müssen mal nachladen ja ja das bitte auch mal was übrig ich muss doch hier nur gegner suchen ich muss doch hier nur gegner suchen unseren informationen zufolge halten sich in dieser hochrangige feinde auf hochrangige feinde lassen sie sie nicht entkommen wie viel glück sind das zerstörer ha 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 tücker ein ziel wurde neutralisiert das ist beschiss wir erhalten gerade informationen über ein neues ziel halten sie sich bereit wo sind hier noch welche da hinten nur noch aber immer auf der anderen seite hier kannst du auch erst mal eine schilfe zu aktivieren ziel eliminiert toll in deckung schilder verloren schilder sind unten aber bitte roo wofür das mir mal kill dass die den typen vom arsch gehalten hat in deckung schilder verloren es sind nur noch drei gegner übrig stimme gar nicht dürfte nur noch der eine türger sein laden sie nach wir haben verstärken jetzt mein kill klaut ich habe nur punkte gekriegt den kill habe ich nicht bekommen ja toll sie bekommen gesellschaft jetzt 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 kommen fünf zerstörer suchen sie deckung ich glaube das muss doch bronzen nie bekommen ist hier verdeckt verstehe ich nicht was ist verdeckt jetzt mach doch mal platz hier magst du was ich bin noch nie mal sturm das ist ja auch das wäre echt äh 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 naja also lass mal deine zuschauer nicht zu sehr an dir zweifeln können ist noch alles möglich ist noch alles noch nicht vorbei ist noch alles offen was dass deine zuschauer noch an dir zweifeln können nein dass ich irgendwann mal noch hier sterbe lass mal nachtanken so was sind denn hier noch weg hä 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 ich nicht ah putain nur da oben was macht denn der da oben der versteckt sich vor dir sehr gut bleiben sie wachsam jetzt nicht mehr weißt du Eckstein Eckstein alles muss versteckt sein der hat sich wirklich versteckt sie bekommen gesellschaft so ähm äh wo das frag ich mich auch grad da wo da wo oh da was da hin du hast mich doch mal in Ruhe ich hänge fest ich liege ok jetzt dürfen deine zuschauer wirklich an dir zweifeln nein weil du eine scheißmauer hat mich aufgehalten glaubst du wirklich die zuschauer glauben dir die Aushälter ich wollte wegstecken hä wieso hat denn die eigentlich nachgeladen ich verstehe das nicht weil du müssten ja vielleicht alle wo danke rofe deine Hilfe ja mach ich doch du hast da was geblieben ich meinte eher dass die was mich gepackt hat aber ok oh da ist ein Zerstörer ja ich hab doch ich hab doch ich hab doch dir holt nö ne doch hab ich nichts von gemerkt hm 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 wir brauchen mehr Munition also von da haben wir Hilfe nö ich hab da fort mal nen Zerstörer weggemacht äh ok hier verteckt ja jetzt lass mich durch sie haben sämtliche Gegner eliminiert weiter so achso ich müsste mal Muni holen wär auch nicht schlecht ne ja alle sechs hey äh ok jetzt ruhig sind ich bin bei A ich bin bei A ich bin bei A oder auch nicht hier ist ein Zerstörer ok wo ist sie jetzt hin ach ist mir ja ach jetzt hör auch immer öfter ich bin bei A ich bin bei A Entschuldigung ich bin bei B ich seh ja nix ich hab den zur Störung grad weggemacht ja ich bin bei B Fragment wurde hochgeladen ähm Schilder ausgefallen ach da ist noch einer ok und zu welchem Punkt willst du dich jetzt zurückziehen um den Zerstörer aus dem Weg zu gehen ich bin bei B ouch 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 ich liege bei B was ja durch den Zerstörer hat mich mal ein bisschen weggesnackt wenn wir diese Ausreden von dir ja ich hab auch noch keine Cobra ne ich komme ja das wäre ich brauche ja irgendwie ist das ja oh noch Nachwarten sind eingegangen das war's durchhalten Apex öh drunter es sind nur noch drei Gegner übrig ich brauche Muni ich brauche Muni Achtung! Angriff! oh der ist schon hin nicht öh das war's für den Moment wir sind so und zeigen nichts mehr an gute Arbeit naja warum nicht ein shuttle ist auf dem Weg zu ihnen Munition habe ich in der Infiltrationszone oh no 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 ich höre was ciao ich sehe es zu kommen zwei stück ach gattisch jetzt sind wir schon mal weg ach sind ja zwei zwei wo sind denn die? im sind die schon weg? ich habe keine ahnung ich weiß noch nicht mal sehen es waren zwei wie zwei zwei zerstören ich musste nur kurz in deckung gehen weil die alle auf mich geballert hat und so lange halte ich dem feuer nicht stand ich gehe mal davon aus einer von den zwei worten körper auf die gehauen haben das kann ich mir nicht vorstellen weil diese nicht mehr offenbar kann sein wollen wir auch hin gehen oder wäre ein taktischer vorteil das ding da ist noch einmal sämtliche ziele sind erledigt und sie alle sind noch am leben die tritts gehen sie ja 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 doch manchmal schon ja es geht schon was steht doch noch da mit den schildern schrott gesehen bei mir stand nie so oft da wie du es immer manchmal gesagt hast und alles so mitgekommen wunderbar sehr schön zu dem wort ich sagen das war es erstmal für heute wenn es euch gefallen hat mag喔 wenn ich euch gefallen habt dann macht ein like oder schreibt mir insofern vom kommentar bis dann ciao Tschüss.